So, hier haben wir unser Outdoor-Bad. Das ist wirklich sehr süß, hallo. Mit einem Eimer. Und hier ist das Trinkwasser. Und hier ist die Outdoor-Küche. Mit Büchern, auch in Deutsch. Ist voll süß gemacht. Hier ist wieder der See. Und noch ein bisschen Müll. Ups, Blautür. Fast noch gestolpert. Und stehen tun wir ja. Gerade am Packen. Ich koche nur noch kurz mal Wasser. Elli liegt da rein und badet. Freda habe ich in die Box gepackt. So. Genau, hier ist der vordere Bereich. Zack. Gut.